so und damit herzlich willkommen zur nächsten folge hier bei portreal 4 so während unser kampf gezeichneter heldenhafter konvoi zurück nach new orleans segelt und wir direkt mal schauen was wir hier machen können jetzt hätten wir theoretisch sogar einen auftrag um den piraten zu vernichten nachteil ist natürlich wie gesagt der ist ziemlich stark also nicht unübertrieben der ist wirklich besser gesagt nicht übertrieben ist tatsächlich sehr sehr stark dementsprechend werden wir den auftrag erstmal noch nicht annehmen wie gesagt wir müssen uns da erstmal eine ganze weile darauf vorbereiten solange die piraten immer die maximale kampfstärke haben sollte man die auf keinen fall unterschätzen so unser handelskapitän hat wieder ein level ab sehr schön dann erhöhen wir noch mal die anzahl an möglichen laderaum also die beiden kapitäne haben sich auf jeden fall schon mal ausgezahlt die sind schon mal sehr sehr gut dabei sobald dann wieder frieden ist werden wir dann auf jeden fall mal schauen dass wir unseren nächsten kapitän mal so ein bisschen pushen und den wieder ein bisschen auf vordermann kriegen so besatzung entlassen luxusgüter runter so und dann werden wir die flotte erstmal wieder reparieren müssen vier tage wie gesagt immer wichtig dass man die mannschaft entlässt damit man in den vier tagen nicht unnötig lohnen kosten für seine besatzung hat aber ich kann mir vorstellen das wusstet ihr bereits schon da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts neues so ein tag noch hier war gerade wieder piraten überfallen habt ihr sehen er ist also genau vor der küste hier so jetzt mal wieder eine eine kapitänin aber leider muss acht level und leider gottes auch keine kombination die wir gebrauchen könnten das gute ist wir machen ganz gut rum punkte aktuell also wir können uns wahrscheinlich demnächst mal wieder den ein oder anderen perk oder kapitänslot oder whatever leisten so dann muss dann bei unsere schiffe wieder aus wie gesagt die kriegskaleone immer wieder auf weil dann haben wir schon drei stück wir haben also aller schlimmsten falls wenn es mal ganz schlimm kommen sollte noch mal 600.000 gold an reserve und die war theoretisch verkaufen könnten aber ihr seht ganz gut wie wie gut sich das alleine hier schon rechneten alleine das waren eben schon 300.000 über umsatz gemacht haben so dann machen wir noch mal ein leichtes speicher so immer nur sicher gehen so und dann werden wir das ganze noch ein bisschen weiter führen denn oft das gute ist auf die art und weise herzlich willkommen im namen der krone wir sehen halt der körperbrief wird günstiger und wir sorgen natürlich dafür dass frankreich stärker wird und spanien schwächer wird ich würde tatsächlich auch mal interessieren ob die vielleicht wisst ihr das tatsächlich auch dann gerne mal in die kommentare schreiben ob die franzosen aus den schiffen die wir verkaufen vielleicht neue militärkonvois gründen das würde mich tatsächlich mal interessieren das wäre tatsächlich mal interessant zu wissen denn wie gesagt die nationen bekommt zwar immer aus europa neue flotten die dann nach und nach aufgebaut werden aber das sind meistens immer einzelne schiffe müssen wir mal gucken mit ein bisschen glück hat er ein problem mit ein bisschen glück hat er einen fehler gemacht wir werden wahrscheinlich mal umziehen die taktik nutzen so jetzt müssen wir gucken wir müssen irgendwie so drehen können dass wir im idealfall zwei schiffe beschießen können dann nehmen wir auch ein klein bisschen schaden dann nehmen wir auch ein klein bisschen schaden so konnte man leider nur einmal schießen die hat natürlich jetzt unser schiff erstmal aus dem gefecht genommen natürlich jetzt nicht so gut das gute ist aber hier können wir uns eindecken mit militärfregatten mit militärkorvetten militärfregatte militärfregatte noch eine militärfregatte wir werden glaube ich erstmal so ein bisschen auf kampf gehen wir schießen erstmal zwei schiffe runter das hat leider nicht so viel gebracht aber das hat dafür was gebracht oh die haben nur eine single taktik ne da müssen wir aufpassen da müssen wir auf jeden fall aufpassen da müssen wir unbedingt aufpassen dass die nicht aus versehen mitten in unsere schiffe rein segeln so das lief schon mal nicht so schlecht Zug beenden wir müssen unbedingt aufpassen dass die unsere schiffe nicht einkreisen sonst haben wir ein problem da könnt ihr hier nämlich bei dem schiff jetzt schon ah genau seht ihr das habe ich gemeint das war nämlich jetzt schon das problem genau das was ich gemeint habe so jetzt müssen wir mal gucken 36 36 36 160 entern militärkorvet hier hätten wir auch 100 prozent dann nehmen wir erstmal die raus so und steht es erstmal wieder ein bisschen besser für uns das problem ist natürlich dass wir die galleone noch nicht raus gekriegt haben was ich ein bisschen schade finde was ich ein bisschen schade finde dass wir keinen perk irgendwie haben um ein geändertes schiff wieder in den kampf zurück zu holen so wir werden auf jeden fall unsere reparatur nochmal verwenden müssen so weil unser linienschiff ist schon ganz schön runtergeschossen so militärkorvet das machen wir am besten erstmal gleich so dann nehmen wir die militärkorvet erstmal aus dem spiel wo wir jetzt natürlich wieder darauf aufpassen müssen dass wir uns nicht outen haben wollen so so das wird natürlich jetzt ein bisschen schwierig wir müssen wir müssen versuchen die cooldowns unserer unserer anderen schiffe ein bisschen raus zu zögern oh das sieht nicht gut aus 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 ich glaube das linienschiff werden wir verlieren so Problem ist halt wir haben keine reparatur mehr das einzige was wir versuchen können ist mit dem schiff zumindest noch eins zu kapern so so 36 kampfstärke so ich muss mal genau planen so ich brauche mal wirklich glück das ist natürlich schon mal schlecht so ich brauche mal wirklich glück jetzt müssen wir unsere Single-Taktik nutzen oder auch nicht jetzt müssen wir es mal so rum versuchen ja und jetzt müssen wir beten dass die Fregatte nicht nochmal rumkommt und uns beschießt aber das wird sie garantiert oder auch nicht weil sie nicht mehr kann gut da haben wir Glück gehabt dann haben wir Glück gehabt boah das war echt knapp das hätte auch mega schief gehen können unser Linienschiff war fast runtergeballert gut gemacht doch hättet ihr den Konvoi auch verfolgen können um sein Versteck zu finden daher fürchte ich der Pirat wird wiederkommen weil der halt leicht reden ne erstmal hatten wir mega Probleme mit dem und zweitens hat der uns hier angegriffen und nicht umgekehrt oh hier waren schon wieder Piratenaktivitäten oh das war nicht sein Hauptkonvoi das war leider Gottes nicht sein Hauptkonvoi wie es aussieht der hat also mehrere Konvois den werden wir also nochmal zur Sicht bekommen hm ist natürlich jetzt das Problem wir haben keine Taktiken mehr das dürfte jetzt ein bisschen gefährlich werden wir haben keine Reparatur mehr und wir haben doch einmal um Single Ted Mord theoretisch noch aber wir haben keine Reparatur mehr das dürfte nochmal gefährlich werden also äh nur zur Info das war der leichte von den beiden Konvois den er hatte ne wie gesagt der große Konvoi den ich gesehen hatte da waren acht Schiffe drin also ihr habt langsam denke ich schon ne Vorstellung davon was es bedeutet hier so ein so ein Highlevel Piraten anzugreifen und wie gesagt ihr habt ja gesehen durch die umzingelt Taktik gerade wenn er dann acht Schiffe hat kann er euch locker mal schnell wenn er zweimal umzingelt hat zwei Schiffe zum Anfang rausnehmen wenn ihr bis vier dabei habt ist die Sache schon erledigt so hier werden wir jetzt tatsächlich aber mal nur die die Galione verkaufen die anderen Schiffe werden wir uns mal aufheben dann haben wir zwar nicht ganz so viel Umsatz gemacht aber wobei eigentlich brauchen wir die äh Militär oder die Kriegsgalonen gerade nicht die verkaufen wir euch mal bis wir soweit sind dass wir die Unabhängigkeit erklären können haben wir noch genügend äh Möglichkeiten uns äh weitere Schiffe zu holen so dann gucken wir nochmal können wir schon wieder ein bisschen was nachfüllen so dann speichern wir erst nochmal nochmal bei das Spiel so was wir theoretisch mal machen könnten erstmal werden wir unsere Mannschaft wieder auffüllen das ist erstmal Schritt Nummer 1 und dann werden wir mal gucken wir werden mal vorsichtig nochmal in die Richtung segeln ah der Pirat ist hier vorne glaube ich gerade gewesen mindestens wird hier gekämpft gerade oder? ne scheint Militärkonvoje gewesen zu sein was kann ich für euch tun 440 Stärke hat er aktuell noch wenn wir uns mal erinnern der hatte 640 Stärken jetzt hat er noch 440 also wir haben ihm gerade mal 200 Kampfstärke gekostet das ist wirklich äh die ist wirklich viel in der Nähe von New Orleans zuletzt gesehen also freut euch darauf äh wenn wir es äh mal soweit haben dass wir das Piratenversteck aufgedeckt haben also das ist ein ordentliches Arbeit äh ordentliches Stück Arbeit bis wir dann den Piraten endgültig mal vernichtet haben wie gesagt dann müssen wir bis dahin nochmal einiges an Flottenstärke dazu holen so wir gucken bei dem Konvoi mal ob wir den verarschen können gucken ob das funktioniert hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab ob hier bei Florida Keys gerade ein Militärkonvoi von Frankreich liegt das sollte im Idealfall dann natürlich funktionieren naja liegt aber so ach Mist das ist jetzt natürlich ärgerlich ne der traut sich nicht mehr uns anzugreifen kostet der aktuell 800.000 das ist ein bisschen dolly viel ärgerlich was wir natürlich noch machen könnten das können wir mal noch machen kostet und zwar kostet und zwar ein bisschen was aber 50 Ruf können wir verkraften aber dafür kriegen wir 6 Schiffe die war im Prinzip alle einfach bis Kapern brauchen wie wir sehen und holen wir uns die Großen mal als erstes so schon sind wir bei 100% denn ich will hier nicht noch allzu viel drauf schießen ihr seht halt schon einige Schiffe sind so gut wie zerstört so Zug beenden das ist halt das was ich meinte das funktioniert ganz gut weil die Schiffe halt an Besatzung schon weit runter geschossen sein werden so 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 okay zwei Stück der Leone den werden wir erstmal ach den können wir nicht rausziehen hm aber was wir machen könnten ne das funktioniert leider auch nicht gut dann müssen wir eine Runde erstmal länger warten ist auch nicht so tragisch dann machen wir es halt andersrum nehmen wir das Linien Schiff und das zu kapern ja Zug beenden die kleinen Schiffe können erstmal eine Runde auf unseren Schiffen rumkauen das ist jetzt nicht ganz so tragisch der repariert auch nochmal für uns das ist sehr schön sparen wir uns ein bisschen Reparatur in der Werft so jetzt müssen wir mal gucken 23 da müssen wir leider Gottes die Corvette hier kapern so ne das lohnt sich leider nicht müssen wir abwarten bis die bis die Galeone wieder rauskommt aber die 50 Ruf sind gut angelegt weil wir halt 6 Schiffe dadurch kriegen hm ist jetzt natürlich ein Problem wir segeln erstmal hier hin wir nehmen zwar ein bisschen Schaden ach ach Mist ne das lassen wir mal ach das wollte ich eigentlich nicht Mist so zu beenden wir müssen die Galeone halt da irgendwie aus dem aus dem Smoke rauskriegen hm das Problem ist wenn das Schiff jetzt die Militärkorvette noch einmal über dieses Feldpferd ist sie hinüber hm 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 das ist jetzt natürlich schwierig wie machen wir das am besten ich hab halt mega Angst dass die Militärkorvette von der KI schlecht gesteuert wird und aus Versehen hier auf das Feld fährt dann kriegt sie 5 Schadenspunkte sie hat halt nur noch 2 hm oder 1 sogar nur noch das hat der Punkt müssen wir mal in den sauren Apfel mal beißen und auf die Korvette hier nochmal schießen so Zug beenden ich hoffe mal die Militärkorvette bleibt erstmal weg von unserer von unserer Galeone Einzige Problem ist natürlich wir brauchen noch 2 Runden und unsere Galeone kriegt ganz schön Schaden von der anderen Galeone hier gerade so naja aber wie gesagt selbst wenn wir eine Galeone verlieren sollten selbst wenn wir da eine Galeone verlieren sollten 19 Tja wie machen wir das am besten wir segeln mal hier hin und gucken ob wir vielleicht irgendwie noch zum entern an das an die Galeone hier rankommen wenn wir sagen drehen ja dann passt es nämlich so dann ist die nämlich schon mal raus müssen wir bloß hoffen dass unsere Kriegskaleone nicht noch raus geschossen wird eine Runde brauchen wir aktuell noch so 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 Linien Schiff ist wieder einsatzbereit Gucken wir mal so das funktioniert aber wir werden wahrscheinlich nicht rankommen zum entern oder? ne hm naja müssen wir zumindest einmal schießen so 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 wir könnten zwar um Single Taktik nehmen aber möchte ich ungern so dann nehmen wir hier mal das Schiff und entern und nächste Runde ist salut unsere Kriegskaleone wieder dran aber aber da werden wir nicht rankommen oder? doch passt schon ich wollte nämlich ungern irgendein Schiff versenken aus Versehen sehr schön damit haben wir das Manöver erledigt so jetzt muss man bloß gucken dass wir halbwegs sicher irgendwie nach Hause kommen so ich werde an der Stelle schnell nochmal speichern weil wir ja noch einen Piraten unterwegs haben wie wir wissen so und während wir dann auf dem Weg zurück in den sicheren Hafen sind um unsere Beute zu verkaufen machen wir mal eine Folgenpause mit leichter Überlänge diesmal wegen des Kampfes wieder gerne wieder Däumchen lassen nächste Folge geht zu Actionreich weiter wir werden noch eine Weile ein bisschen auf Karpatur bleiben um sowohl unseren Geldvorrat mächtig aufzufüllen wie wir sehen als auch wie gesagt unsere Vormachtstellung mit England ein bisschen ausbauen zu können solange der Krieg tatsächlich noch anhält wie gesagt gerne Däumchen da lassen gerne Abo sofern ihr das nicht schon getan haben solltet und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel und tschau tschau Bis zum nächsten Mal.